Die Moosmeyer GSMBH ist Spezialist für den Handel mit Tabakwaren, Raucherbedarfs-, Werbe- bzw. Geschenksartikel, Schul- und Schreibwaren. Mit rund 10.000 verschiedenen Produkten spricht das Unternehmen als Großhändler in Österreich vor allem Tabaktrafiken an, liefert jedoch auch international zu Kunden im gesamten EU-Raum. Der hohe Qualitätsanspruch erfordert ein qualifiziertes und motiviertes Team. Moosmeyer sucht laufend Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen. Das Herz der Firma Moosmeyer ist die 22-mitarbeiter-starke Verkaufsinnendienstabteilung. Wir bearbeiten hier bis zu 5.500 Bestellungen unserer Kunden. Das Unternehmen beschäftigt hier Mitarbeiter im klassischen Marketing- und Produktionsmanagement. Viele Werbekampagnen und Grafikmaßnahmen entstehen direkt im Unternehmen. Durch unsere Internationalität brauchen wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit guten Englischkenntnissen. So wie Know-how über den internationalen Handel und die Zollabwicklung. Neben dem Großhandelsgeschäft in Österreich liefern wir unsere Waren EU-Wert zu anderen Großhändlern. Die Mitarbeiter beschäftigen sich hier mit dem Verkauf und Einsatz auf internationalen Messen. Bei Lagerarbeitern und Großhandelsangestellten der Firma Moosmeyer werden neben den klassischen Berufsanforderungen vor allem auch EDV-Kenntnisse vorausgesetzt. Das Unternehmen hat sein gesamtes Lager EDV-gestützt. Ein modernes Lagersystem, wie die seit kurzem in Betrieb genommene Pick-by-Light-Anlage, erfordert gut ausgebildete Mitarbeiter. Die Schnelligkeit und Flexibilität macht Moosmeyer zu einem erfolgreichen Player am Markt. Bestellungen, die bis Mittag einlangen, verlassen noch am selben Tag unser Logistikzentrum in Richtung Kunde. Lehrlinge werden im Hause Moosmeyer ausgebildet in den Bereichen Bürokauffrau, Bürokauffmann und Großhandelskauffrau bzw. Großhandelskauffmann. Eine der Besonderheiten ist die Jobprotection. Dabei dürfen die Lehrlinge alle Abteilungen in unserem Unternehmen kennenlernen. Wer Interesse hat, Teil dieses erfolgreichen Teams von Moosmeyer zu sein, kann sich die aktuellen Stellenangebote direkt auf der Website www.moosmeyer.at ansehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.